Große ihr Säcke! Große Säcke! Yo! Leute! Was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Dead Bros Kanal. Ich sitz hier mit Joni, Habib und dem Michee. Und zwar haben wir unsere Cheeseburger Challenge überlegt. Wir haben hier 30 Cheeseburger zur Verfügung. Auf jeden Fall starten wir ein 2 gegen 2 Wettessen. Habib und Joni gegen mich und Michee. Und wer in 20 Minuten mehr Cheeseburger hat, hat die Challenge gewonnen und kriegt eine Bestrafung. Was für eine Bestrafung werdet ihr am Ende sehen. Okay, schnell das. Okay. Es geht los! Ich mach mal dieser Challenge eigentlich nur mit, den Gratis-Burger. Was wir sehen jetzt? Wir haben gute Gewinnchancen. Mein Partner ist breit gebaut. Wir haben total gut aussehen. Nein. Ich war was zufrieden, ich hab keine Luft mehr. Wir haben Spielgeld, ich hab keine Luft mehr. Aber ich habe den zweiten, ich bin schon voll. ... ... Ab morgen fängt die Jäte an, hier ist so meine Gänze, Mann. Kannst du nicht mehr? Schatz? Ja, Schatz. Ich hab die Locken. Jetzt kotzt gleich. Ich auch. Ich. Der ist lech. Der ist tot. Der wird heftig. Der wird heftig, Alter. Kann nicht mehr. Ihr kotzt gleich. Ich muss kotzt. Aber pack den sowieso nicht. Zeig. Der pack den nicht. Ich hab schon mal vielleicht gehofft. Eine Minute dreißig. Lass uns die letzten Sekunden dran. Das ist mit Wasser packt er das nicht. Einfach. Lass ihn doch trinken. Einmal vorbei. Warum nicht? Vorbei. Elf. Wir haben mehr. Zwölf. Wir haben mehr. Ihr habt dreißig Möger. Ihr habt nur zwölf. Wir haben zwölf? Alter. Zeig, zeig. Verdau. Drei." Tvölfeng. 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 Plus ein Minus. So, Leute. Wir challengen wir uns. Und ich würde einfach sagen, wir gehen zur Bestrafung. Aber da kostet uns auf kurz nix. Ah, so Leute, wir kommen zur Bestrafung. Joni, so, bist du bereit? Ich bin bereit. Was erwartet die Jungs? Ich will noch nicht umdrehen. Was erwartet die Jungs? Das erwartet die Jungs. Eier. 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 Das wird klatschen. 3, 4, 6, 8, 9. Eier. Eier ist abhanden gekommen von mir. Das seht ihr in dem nächsten Video. Auf die, auf die. Auf die, ich auf alles. Das geht gar nicht. Hab, ich schaue alles auf. Hab, ich schaue alles auf. Auf jeden Fall. Hey, weil du dein verbaut hast, habe ich 5. Ja, okay. So, Habib. Mach den ersten. Umdrehen, umdrehen. Wuh, shit. Warte, warte. Geh am besten der ran, Habib. Dann kletch das mehr. Nein, ich bin so schlecht im Werfen. Wie kann man das nicht treffen? Hier will ich verstehen, hier will ich verstehen. Nee, du triffst nicht, Habib. Was? Uh, fuck. Hinten, kink, kink. Was? Nee, du triffst nicht. Papa. Papa. Ja. Hinten, kink. Hinten. Ja, das ist auch nicht. Hinten, kink. Ja, das ist auch nicht. Okay, Leute. Die Nachbarn haben uns gepackt. Wir müssen abhauen. Juhu, der ist so dum. Er trifft dich nicht mal rücken. Warum triffst dich dein Rücken nicht? Ja, das ist nicht. F***! 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 Baseball! The next one! Ich kann nicht machen! Was machst du da? Ok, Johnny ist dran! Warte doch, Junge! F*** ihn mal! Warte doch, Junge! Das ist, weil du die ganze Zeit rumholst! Next one! Hey, Junge! Nein! Nein, nein! Der war! Der war! F***! Zieh ihn, eine! Nata, drehe dich um! Hey, drehe dich um! Ui! Nata, besteht aus Gummi! F***! Das letzte und das nächste! Jetzt auf den Kopf! Der will mich auf den Kopf werfen, weißt du? Nein, ich will mich nicht auf den Kopf werfen! Auf den Kopf? Nein! Jetzt auf den Kopf! F***! 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 F***!